Hallo, hier ist Max. Heute darf ich Glücksrad drehen. Kevin hat ein Glücksrad gemacht. Da gibt es 15 Aufgaben, die ganz mega ultra doof sind. Und 15 Sachen, die mega ultra mega toll sind. Und ich soll dieses Glücksrad insgesamt 10 mal drehen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ganz schlau ist oder ganz doof. Aber das mache ich heute in diesem Video. Weil es neues Prodstars Update und ich brauche unbedingt ganz viele tausend Millionen Jams. Für neue Brawlers und so. Abonniert den Kanal, gebt einen Daumen nach oben. Und diesen Sonntag, hat Kevin gesagt, kommt ein Quimax Dish Track online um 10 Uhr. Guckt euch das an, ist voll krass. Ich habe auch schon gesehen. Und der Quimax, der kann danach traurig sein. So, das hier ist das Glücksrad. Da gibt es insgesamt 30 Aufgaben. Zum Beispiel YouTuber anrufen und beleidigen. Muss ich dann irgendwie den Lomax oder den Pat oder den Lukatz anrufen. Dann gibt es auch gratis Skin aus dem Shop. Geschenk, minus 100 Pokale. Immer eine schlechte und eine gute Sache. Und ich drehe jetzt das allererste Mal. Und los. Bitte was Gutes. Bitte, bitte, bitte gut. Ein super seltenen oder epischen Gratis. Ja, das ist voll cool. So, Kevin hat gesagt, ich darf alles kaufen. Es gibt dir Gratissachen in Brawl. Was? Oh mein Gott, voll viele Gratissachen. Also, Kevin hat gesagt, ich darf alles erstmal kaufen, solange ich Greta Code Lukas habe. Weil das gerade irgendein Gewinnspiel oder so. Ich mache erstmal alle Gratissachen. Boah. Spieler-Icon. Chroma-Kedits. Was? Neue Gratis-Spin. So Gratissachen. Irgendso Kredit. Dann Jams. Ems 80. Boah, das ist so viel. Diesen Münzen kann man sich jetzt die Brawlers holen. Und ich darf mir seinen super seltenen oder epischen kaufen. So, was habe ich denn jetzt hier noch nicht von den epischen oder super seltenen? Ich möchte Ems. Ems 169 Juwelen. Braucht mehr Gems? Ich kaufe. So, habe ich jetzt 80 gemacht, Juwelen. Und jetzt? Hier, einmal den Ems. Den habe ich noch nie gespielt in meinem ganzen Leben. Und ich bin schon ganz alt. Ich bin schon fast 10. Boah, das ist der Ems. Ich mache die nächste Runde Glücksrad. Das ist voll cool. So, zweite drehen. Und? Bitte gut. Bitte gut. Alle Jams, wir magen Doppler. Warum? Ich mag das Glücksrad nicht. Mann, das ist voll doof. Ich will das Glücksrad nicht mehr spielen. So, ich mache es. Ich kann nur einmal einen Markendoppler kaufen. Jetzt drehe ich das dritte Mal. Und los, bitte was Gutes. Gratis-Gemmer aus dem Shop. Das ist voll cool. So, welche gibt es? Es gibt den mit dem Popcorn. Das ist der Guss. Der hat sein Handy. Boah, der sieht voll übel, super, mega cool, ultra toll aus. Ich, das ist der mit dem Luftballon, oder? Den will ich. 149 Gems. Ich kaufe. So. 169 Gems. Und los. Das ist der Guss. Mit dem Skin und dem Pin und so. Und den ganzen Millionen Sachen. Und da ist der Guss. Und jetzt habe ich auch den Schmeili da vorne. Boah, der ist voll cool. Der sieht aus wie ich. Oder? Findet ihr nicht? Ich habe, sieht der aus wie ich? Katayami machen mich jetzt so daneben. Dann können die Leute das in die Kommentare schreiben. Ich drehe das nächste Mal. So, und wir drehen. Beinliche Instagram-Story machen. Das muss ich dann bestimmt auf den Account von Kevin machen, oder? Okay, ich mache das jetzt mal. Muss ich das jetzt echt machen? Hallo, hier ist Max. Der Lomax und der Kevin, das sind die coolsten. Und ich bin der Doofste. Ich bin auch schlechter als Finnenbroll. So, und den Instagram-Story wird gepostet. Und ich markiere jetzt da den Lomax noch. Mann, die Aufgabe war die dürfte Aufgabe auf der ganzen Welt. Ich mache jetzt wieder den Rad. Mann, und ich habe vergessen, welche Aufgabe das jetzt war. Ich glaube, die vierte. Ich drehe jetzt wieder. Mann, nur doofle Sachen. Minus-Pokale mit einem zufälligen Brawler. So, ich nehme jetzt den, mit denen ich die wenigsten auf überhaupt habe. Welcher hat gar keine? Die haben alle gar keine Pokale. Ich mache jetzt eine Runde mit der Bibi. Und dann mache ich da jetzt Platz 10. Weil, Platz 10 ist immer Minus-Pokale. Glaube ich. Ich habe hier jetzt einfach stehen. Greift der mich an? Hä? Der ist voll doof, der Kevin. Hä? Der greift mich gar nicht an. Welcher Platz bin ich jetzt? Hä? Ich habe Plus 2 gemacht. Was soll das? Ich mache die Aufgabe nicht mehr. Ich mache neu. Kevin ist so doof in seinem Kopf. Ich drehe wieder. Das vierte Mal jetzt. YouTuber anrufen und beleidigen. Das ist eine coole Aufgabe. Wisst ihr, wen ich jetzt anrufe? Ich rufe jetzt den Lomax an, weil der stinkt nach Brokkoli-Kopf. Bin so sauer auf den Lomax. Lomax, geht nicht ran. Lomax, ich mache gleich einen Dishtrack gegen dich, einen neuen. Hallo, Lomax. Oh nein. Hallo, Lomax. Max, warum hast du Kevins Handy? Lomax, du bist ein mega doofer Brokkoli-Kopf. Max, was machst du? Was soll das? Was fühlst du wieder am Schild, Max? Lomax, du bist viel schlechter an Brawl als ich und du stinkst und du bist doof und du kannst kein Brawl spielen. Ich mache dich immer kaputt in eins gegen eins und in Stammel, da bin ich auch besser. Nur weil du fliegen kannst, hast du gewonnen und du bist so total doof. Max, sag mal Klettergerüst. Klettergerüst. Du hast eine nackte Frau geküsst. Das stimmt gar nicht, Lomax. Doch. Lomax, du bist viel doofer als ich. Klicke jetzt auf, du stinkst nach Brokkoli. Mann, der ist so doof, der Lomax. Ich bin nicht sauer. Ich dreh wieder. Ich dreh jetzt. Jetzt kommt eine gute Sache. Nein, jetzt muss ich den Lomax anrufen. Ich hasse das Glücksrad, Kevin, wenn du das siehst. Lomax? Nein. Lomax? Nein. Wie soll ich mich in Brawl nennen? Du kannst dich Brokkoli größer als Max. Hä? Brokkoli größer Gleichzeichen und dann Max. Was ist größer Zeichen? Größer Gleichzeichen halt. Hä? Wie, hä? Größer Gleichzeichen. Das ist auf der Tastatur irgendwo. Warte, Lomax, ich muss gucken. Ich kann das nicht so mit der Tastatur und schreiben und so. Lomax, ich habe keine Juwelen mehr. Das ist mein Problem. Ich muss jetzt erst eben Juwelen machen. Warte kurz. Brokkoli... Wie schreibt sich Brokkoli? R... O... K... K... U-L-I-E Ja, und dann? Dann machst du jetzt... Äh... Größer Gleich... Max. Das reicht nicht. Größer Gleich kann man da nicht reinschreiben. Nenn mich Brokkoli Max. Ja, mach das. Brokkoli Maxi heiße ich jetzt. Lomax, ich... Danke mach... Mach ich jetzt... Ich hab... Tschüss. Lomax ist der Dürfste. Ich dreh jetzt wieder. Ja, 950 Gratis Juwelen. Ich bin wieder glücklich. Das ist das Tollste. So, Kevin, du bist total dumm. Ich mach jetzt 60 Euro. Das ist sehr gut. So, ich dreh jetzt das siebte Mal oder so. Kevin muss Baller-Pose machen in V-Life. Ich darf aussuchen. Ich sag erst die Baller-Pose und dann Uli steigst den Kevin. Er macht den von den Guss. Was ist das von den Ems? Und er macht den von... Von Max. Der muss ein Salto machen. Das macht er jetzt. Ich hab keine Ahnung, warum ich jetzt hier bin. Aber Max hat gesagt, ich soll die Max-Pose machen. Äh? Ist der Lost? War das gut? Ist der Lost? Das geht gar nicht. Wie soll ich denn Salto machen? Ja, er soll mal weitermachen. Ich weiß nicht, wie viele Aufgaben er noch machen muss. So, ich hoffe, Kevin hat die Aufgabe gut gemacht. Ihr müsst in die Kommentare schreiben. Ich dreh wieder. Bitte gut, bitte gut, bitte gut. Hä? Zehn Leute aus der FL kicken? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, sieh, zehn. Hab ich gemacht. Das war gar nicht so schlimm. Ich mach weiter. So, Aufgabe acht oder so. Das war gar nicht so schlimm. Gott ist Baller. Juhu. Oh, Kevin ist der Allerkoolste von allen aus ganzem von Deutschland auf der Welt. Ich muss jetzt gucken, welchen Baller ich haben möchte. Ich will G-Star. Neue, neue, legendäre Baller. Das ist voll gut. Jetzt habe ich den G-Star auswählen. Boah. Okay, ich glaube, noch so ein oder zweimal muss ich drehen. Nochmal drehen. Okay. Ich hole dir High-Rap für deine FL. High-One, meine Freundesliste. Ich habe jetzt den High-One, meine Freunde-Liste. Das ist High-One. 80.000 Pokale. Wow. Das ist der beste in Brawl mit Abstand der meiste Pokale. Das ist so krass, Mann. So, die letzte Aufgabe. Bitte eine gute. Ähm, ich muss jetzt ganz schnell weg. Die Aufgabe sagt das nicht den Kevin, dass ich die machen muss. Die Aufgabe ist das nicht so krass. Das ist ein bisschen.